Moin Leute, hier ist Tim und ich habe es im letzten Video im Review der 4070T schon angesprochen, dass einige Grafikkarten in den letzten Wochen wieder etwas teurer geworden sind. Und das betrifft nicht nur Grafikkarten, sondern viele Hardware-Produkte, die wir für unsere Gaming-PCs brauchen. Bei fast allen Komponenten sind die Preise wieder leicht angestiegen und das möchte ich heute einmal zum Thema machen. Darüber sprechen, was bekommt man eigentlich aktuell so für ein mittleres bis höheres Budget oder so ein Standard-Budget, was man auch für Gaming-PCs ansetzt, so 1.000 Euro. Und wie wirken sich diese Preiserhöhungen auf den Kauf eines Gaming-PCs aus und was ist vielleicht der beste Zeitpunkt, um sich dieses Jahr noch einen neuen Gaming-PC oder neue Komponenten anzuschaffen. Ich habe mich eben mal hingesetzt und einfach mal versucht, so einen klassischen 1.000 Euro Gaming-PC zusammenzustellen, der aus meiner Sicht Sinn macht und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass tatsächlich bei fast allen Komponenten die Preise zuletzt angestiegen sind, teilweise weniger, teilweise mehr deutlich. Und wenn wir da mal drauf schauen, hier beispielsweise die SSD ist ein paar Euro teurer geworden. Der Prozessor, den Ryzen 5 5600X, den ich hierfür zum Beispiel mal ausgewählt habe, der lag vor einem Monat noch bei einem wirklich sehr attraktiven Preis von 120 Euro. Da war der Preis kürzlich aber auch gerade erst ziemlich stark gefallen. Und jetzt liegt die CPU schon wieder bei 140 Euro, wobei es zum Glück auch noch den 5600 ohne X gibt. Der ist noch nicht wirklich nennenswert hochgegangen. Den bekommt man immer noch für ungefähr 115 Euro. Also da hat man immer noch eine günstige Alternative. Aber ansonsten sind tatsächlich die meisten der Komponenten, die man braucht für einen Gaming-PC, in den letzten Wochen im Preis erstmal etwas gestiegen. Ich war trotzdem gar nicht so enttäuscht mit dem, was man für 1000 Euro bekommt. Aus meiner Sicht ist zum Beispiel die Kombination aus Ryzen 5 5600X, auch wenn es schon eine jetzt etwas ältere CPU ist, da habe ich mir auch ein bisschen schwer mitgetan, mit einer RX 7800XT, wirklich solide. Die 7800XT liegt ja in etwa auf dem Niveau einer 6800XT, leicht drüber vielleicht sogar. Und die 6800XT haben wir damals auch problemlos mit einem Ryzen 5 5600X kombiniert. Also das ist auch jetzt noch keine schlechte Wahl. Trotzdem bin ich eigentlich immer der Meinung gewesen, man könnte durchaus jetzt schon mal auf die aktuelleren CPUs setzen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass eine aktuelle CPU, die sich lohnen würde, schon 100 Euro mehr kosten würde. Das heißt, wir müssen dann 100 Euro bei der Grafikkarte einsparen. Und da ist es dann so, dass die Kombination aus Ryzen 5 5600X mit RX 7800XT auf jeden Fall in Benchmarks oder in Spielen besser performen wird, als die Kombination aus zum Beispiel Ryzen 7 7600 mit einer RX 7700XT. Und da haben wir noch gar nicht mit einberechnet, dass der DDR5-Ram und die Mainboards auch teuer sind. Also wahrscheinlich wird man mit dem Aufpreis von 100 Euro gar nicht hinkommen. Aber es soll jetzt keine detaillierte Kaufberatung werden. Die Kaufberatung werden in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall nochmal folgen. Auch wieder für wirklich fertige Gaming-PC-Systeme. Da möchte ich im Oktober jetzt nochmal wieder ein bisschen durchstarten. Nochmal schauen, was ist in den unterschiedlichen Preisbereichen dann aktuell empfehlenswert, wenn man derzeit sich auf einen neuen Gaming-PC zusammenstellen möchte. Und das nächste Mal werden dann wahrscheinlich Kaufberatung zu Black Friday kommen. Dann einen guten Monat nochmal später, anderthalb Monate später. Das ist, denke ich, auch ein ganz guter Abstand zwischen den einzelnen Kaufberatungen. Die wichtigste Frage ist natürlich, wenn man sich jetzt die Preise von Komponenten anschaut und ermitteln möchte, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder nicht, wie sich die Preise weiterentwickeln. Das kann natürlich niemand wissen, das ist ganz klar. Wenn ich sowas wissen würde, dann bräuchte ich wahrscheinlich keine YouTube-Videos mehr machen und auch ansonsten nicht arbeiten gehen. Dann könnte ich mich lediglich mit dem Handeln von Gütern beschäftigen und damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Also wissen tut das natürlich niemand. Was auf jeden Fall jetzt in der letzten Zeit deutlich geworden ist, wie gesagt, ist, dass die Preise wieder etwas anziehen. Das Sommerloch ist vorbei, wo oftmals Hardware ein bisschen schwieriger über die Ladentheke geht, weil einfach die Nachfrage nicht so hoch ist. Die Nachfrage zieht jetzt wahrscheinlich wieder etwas an und dadurch steigen die Preise auch wieder etwas an. Wie sich das bis zum Jahreswechsel und vor allem Weihnachten weiterentwickelt, ist schwer zu sagen. Black Friday wird wahrscheinlich weiterhin ein guter Zeitpunkt für den Kauf eines neuen Gaming-PCs sein, denn da sind immer mal wieder einige Komponenten im Angebot. Die teuerste und wichtigste Komponente für einen Gaming-PC, die Grafikkarte, sehr wahrscheinlich nicht. Das hatten wir in den letzten Jahren eigentlich sehr selten, dass es am Black Friday krasse Angebote für Grafikkarten gab, einfach weil die Nachfrage für Grafikkarten grundsätzlich hoch genug war. Da hatten die Händler es nicht nötig, noch irgendwelche besonderen Deals rauszuhauen. Bei anderen Komponenten, vor allem bei Massenware wie SSDs zum Beispiel, da gibt es aber eigentlich jedes Jahr gute Angebote. Auch bei Arbeitsspeicher wird man bei Black Friday auf jeden Fall wieder ein gutes Angebot finden, da bin ich mir sicher. Auch CPUs sind da häufiger mal gut im Angebot, gerade wenn man sich jetzt vielleicht auch den Risen 5, 5600 oder 600X anschaut und da irgendwann wieder Bestände auch abverkauft werden sollen, weil die CPU ja auch mittlerweile etwas älter ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da auch nochmal ein gutes Angebot raushauen kann. Also eigentlich vorstellbar ist das bei den meisten Komponenten. Bei den Grafikkarten würde ich aber eher nicht davon ausgehen. Letztendlich muss man aber auch dazu sagen, ob man jetzt 50 Euro nochmal spart oder nicht oder vielleicht selbst wenn man es schafft 100 Euro zu sparen. Auf die Gesamtkosten des ganzen Systems ist das natürlich ein Betrag, den man wahrscheinlich auch verschmerzen kann, wenn man dann im Endeffekt feststellt, ich habe jetzt vielleicht doch 100 Euro mehr ausgegeben, als ich hätte müssen. Bei einem 1000 Euro Gaming-PC, wenn ich nur 1000 oder 100 ausgebe, macht nicht den Riesenunterschied. Trotzdem sind es natürlich 100 Euro, da kann man viel mit anfangen. Aber wir sprechen hier jetzt über Preiserhöhungen bei den einzelnen Komponenten in den letzten Wochen von 5 bis 10 Euro oder so bei einzelnen ausgewählten Komponenten, sodass wir da jetzt noch nicht den Riesenpreisunterschied haben, wie vor drei oder vier Wochen. Viel wichtiger bei dem Kauf eines Gaming-PCs ist eigentlich die Frage, brauche ich jetzt überhaupt einen neuen Gaming-PC? Die Frage sollte man sich erstmal zuerst stellen und nicht danach schauen, sind jetzt irgendwelche Komponenten gerade besonders günstig oder kriege ich dann gutes Angebot. Denn am meisten Geld spart man tatsächlich einfach, indem man seinen Upgrade-Zyklus verlängert und seltener neue Hardware kauft. Und im Prinzip muss sich jeder erstmal die Frage stellen, brauche ich überhaupt neue Hardware? Brauche ich überhaupt einen neuen Gaming-PC, um die Spiele, die ich aktuell spielen möchte, spielen zu können mit angemessenen Framerates, die ich für spielbar halte? Und wenn mein aktueller Gaming-PC da noch ausreicht und ich mir eigentlich nur was kaufen würde, um einfach was Neues zu haben, dann ist das meistens kein guter Kaufgrund. Und wenn man so regelmäßig agiert beim Kauf von neuer Gaming-PC-Hardware oder eines ganz neuen Gaming-PCs, dann wird man auf lange Sicht auf jeden Fall am meisten Geld ausgeben. Sinnvoll ist es tatsächlich, immer erstmal abzuwarten, bis die eigene Hardware wirklich nicht mehr ausreicht. Dann erstmal nochmal überlegen, macht es Sinn, vielleicht eine einzelne Komponente zu upgraden, sind vielleicht CPU-Arbeitsspeicher und so weiter noch gut genug, weil das vielleicht erst drei Jahre alt ist und ich habe vielleicht schon Ryzen 5 5600X, habe aber vielleicht damals noch eine ältere Grafikkarte gekauft, weil wir die Grafikkartenknappheit hatten und habe da irgendwie eine gebrauchte RTX 2060 oder sowas gekauft. Dann kann es auch Sinn machen, einfach erstmal nur die Grafikkarte zu upgraden und damit fährt man dann auf lange Sicht natürlich auch deutlich günstiger, wenn man so ein Upgrade dann nochmal einbaut und dann erstmal wieder zwei bis drei Jahre Ruhe hat und sich erst dann einen komplett neuen Gaming-PC kauft. Also das sind alles wichtige Fragen, die man sich erstmal stellen sollte, bevor man einfach blind, weil es vielleicht am Black Friday gute Angebote gibt, zuschlägt und sich einen neuen Gaming-PC zusammenstellt. Also möchte man maximal sparen, ist es auf jeden Fall wichtig, solche Dinge immer zu beachten. Ansonsten, wie gesagt, kommen trotzdem, wenn ein neuer Gaming-PC für euch in Frage kommt in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen und Wochen von mir auch nochmal neue Kaufberatung für komplette PC-Systeme. Das habe ich ja ziemlich lange nicht mehr gemacht. Ich möchte aber mal wieder ein bisschen mehr Hilfestellung geben, falls der ein oder andere sich halt einfach nicht sicher ist, was man aktuell kaufen soll und was ein gutes System ist. Und ja, falls euch das interessiert, dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, was ich euch da in den nächsten Tagen und Wochen empfehlen werde. Wenn ihr ansonsten noch weitere Fragen oder Anmerkungen jetzt zu diesem Video habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das mit dem besten Zeitpunkt zum Kauf eines neuen Gaming-PCs? Wartet ihr auch erstmal ab, bis euer System wirklich die aktuellen Spiele nicht mehr packt, die ihr spielen möchtet? Und ja, was habt ihr vielleicht auch für ein System? Habt ihr schon mal ein Grafikkarten-Upgrade gemacht? Kommt für euch demnächst ein neuer Gaming-PC in Frage. Würde mich alles interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.